Unter Umständen, unter Umständen, unter Umständen. Aber von der Höhe ist es genau dasselbe, also, hm. Wisst ihr was, ich probier's jetzt aus. Fick dich doch. Ey, tut mir leid, Leute, dass ich hier gerade so am Rasten bin, aber... Ich, ich komm mir mal überhaupt nicht mehr klar. Ich komm hier richtig ins Grübeln. Ach, jetzt... Oh, du hast es gelöst. Oh, du hast es gelöst. Wie schön für dich. Ich hab einen Scheißdreck gelöst, Bruder. Ich muss doch irgendwie da rüberfliegen. Vielleicht brauch ich ja doch noch das, 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 ähm... Sprungzeug, wenn ich das Sprungzeug, wenn ich das hier hinknallen würde... Wenn ich das hier hinknallen würde, dann könnte ich doch automatisch darüber... Ah, ja, 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 klug, Intelligenz. Ein wenig Intelligenz macht sich bemerkbar. Ein wenig. Okay, ähm... Leckt mich am Arsch. Scheiß Portale. So. So. Okay, jetzt muss ich... Überlegen, ich muss überlegen, ich muss überlegen. Warte mal, welches... Ich seh nix, welche Farbe. Okay. Äh, die da. Hä? Ich muss auf jeden Fall dieses blaue Scheißzeug hierhin klecksen. Da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, wirklich hundertprozentig. Nur wie krieg ich denn diese verdammte Scheiße da hin? Sieht genauso aus wie 3-4-3-Guilty-Spark. Oh, Zelo. Äh. Ich hätte hundertprozentig diesen Behinderten-Kast mitnehmen sollen. Hundertprozentig. Oder ich hätte die... die drei anderen Viecher hier nicht runterschmeißen dürfen. Das ist ja alles schön und gut. So, dann flöder der Kram hierhin. Und von hier aus, sobald ich das dann da hinpacke... Platsch! Ah, Schleckenfeuerwerk. Kippe. Ey, ich geh nicht ins Bett, solange ich das hier nicht gelöst hab. Ganz ehrlich. Und wir haben es jetzt... um zwei. Und ich muss bald wieder aufstehen. Ich übersehe doch irgendwas. Irgendwas übersehe ich. Jetzt sagen wir bloß was. Deaths. Hies. 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 Ich sehe da gerade was. Leute, Leute, Leute. Hier habe ich doch auch noch Wände. Bringt mir wohl auch ein Scheißdreck. Und es bringt mir auch einen Scheißdreck. Aber. 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 Wenn ich jetzt einen Juke machen würde, wird mir das überhaupt nichts bringen. Es funktioniert einfach nicht. Es lippt nicht. Warum libt das denn nicht? Ich kriege hier noch die Kretze. Ich kriege noch die Kretze. Ja, nie, 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 nie. Toll. Toll. Klasse. Jetzt bin ich wieder hier. Ei, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Geht mir gerade sowas von auf den Sack, mein Gehirn einzuschalten. Ich könnte es ja nur ähm ich könnte ja ich könnte ja ich könnte ja nee, ich weiß nicht, was ich könnte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich bin mir bloß ziemlich sicher, dass ich die, die, die blaue Schmiere hier hinknallen muss. Und wenn ich dann halt mein, mein, diese Schwerkraftskatapult äh Katapult Trick benutze dann fliege ich hier und dann knall ich hier drauf und dann und dann bin ich drüben. Aber das bringt mir alles ein Scheiß-Trick, wenn ich das da nicht rüberkriege. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich das da rüberkriegen soll. Also kein Plan. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Es sei denn, ich übersehe wieder irgendwas. Was natürlich auch noch sein könnte, dass hier in dieser Scheiße irgendwas drin ist. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ey, Leute. Du glotzt nicht so. Das wird doch wie eine halbe Stunde hier. Ich häng doch hier noch eine halbe Stunde drin. Ey, mir reicht's langsam echt. Das langt mir so weit von. Ach, Scheiße. Was mach ich denn? Wenn ich das wenigstens umkehren könnte, dann wird das Zeug hier quasi da durchlaufen. Also da, durch das Portal. Und wird das Blauzeugs da durchgehen. Und dann wird trotzdem nichts Neues. Ne, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. das tut mir jetzt wahnsinnig leid, dass ihr hier jetzt keine Ahnung, bestimmt ein, zwei Folgen verplempert habt. Ähm, ich denk mal, ich werd da irgendwas zusammenschnipseln, dass es nicht allzu lange dauert. Und ja, ich werd da mal weiter nach der Lösung suchen. Aber jetzt werd ich erstmal schlafen gehen und morgen mal mit einem ausgeschlafenen Gehirn an die Sache rangehen. Also denn, Leute, haut rein und gute Nacht.